Pünktlich zum Jahresende, meldete der georgische Premierminister Irakli Karibischwili im Kabinett Vollzug. Die zwölf Auflagen, die uns gemacht worden sind, wurden vom Parlament und der Regierung unter unserer Beteiligung vollständig erfüllt. Jetzt warten wir auf die Entscheidung der europäischen Kollegen. Dass Georgien den EU-Kandidatenstatus genauso verdient hätte wie die Ukraine und die Republik Moldau, steht nicht nur für den Premierminister außer Frage. Wissenschaftler und politische Beobachter verweisen auf die vergleichsweise großen Reformerfolge, vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Finanzen und auf die nach wie vor breite Unterstützung für einen proeuropäischen Kurs. Dass trotz der enttäuschenden Entscheidung der EU, Georgien den Status noch nicht zu geben, rund 80 Prozent der Bevölkerung weiter für einen EU-Beitritt sein, spricht aus Sicht von Viktor Kipiani-Bende. Es zeige, wie nachhaltig dieser Wunsch sei, so der Vorsitzende des georgischen Thinktanks Geocase. Wir verdienen es nicht nur, weil wir die Auflagen erfüllen, sondern auch aufgrund des Schmerzes, des Leids, der Tränen, des Schweißes und des Blutes, das wir vergossen haben, seit wir unabhängig geworden sind. Die Mitgliedschaft in der EU ist für Analysten wie Kipiani und den früheren Wirtschaftsminister und heutigen Direktor des Zentrums für angewandte Wirtschaftsstudien, Vladimir Papawa, weit mehr als nur eine Formalität. Es ist die Entscheidung für ein bestimmtes Wertesystem, für ein Gesellschaftsmodell, das man anstrebe. Werte, die mit Freiheitsrechten verbunden sind, wie Meinungsfreiheit, mit Persönlichkeitsrechten, mit der Sicherung von Eigentum, mit Marktwirtschaft, mit all den grundlegenden Werten, die es in der EU gibt. Und die man mithilfe der EU versuchen wolle, langfristig zu etablieren. Schließlich verstehe man sich ungeachtet der geografischen Lage als europäisches Land. Und als Land, das aufgrund eben dieser geografischen Lage der EU auch etwas zu bieten hat. Sichere Transportwege für Waren, Energie und Daten. So soll im kommenden Jahr zum Beispiel mit dem Bau eines Unterseestromkabels von Georgien durch das Schwarze Meer nach Rumänien begonnen werden. Ein ambitioniertes Projekt, von dem die EU profitiere, aber auch Georgien, jenes Land, wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Mitte Dezember in Bukarest betonte, das eine europäische Bestimmung habe. Es kann das Land zu einem Knotenpunkt für Strom machen und es so in den EU-Binnenstrommarkt einbinden. Ein Meilenstein auf dem langen und schwierigen Weg der Integration Georgiens in die EU, die selbst frisches Blut gebrauchen könne, meint Viktor Kipiani vom Think Tank Geocase. Einige osteuropäische Länder, neue Länder in der EU, könnten der Union helfen, sich neu aufzustellen, und einen Platz in der neuen Weltordnung zu finden. Einen Platz, den auch Georgien noch sucht, inmitten einer von Krisen geschüttelten Region, mit dem großen Nachbarn Russland, der 20 Prozent des Territoriums kontrolliert, beeinflusst vom Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen und einer noch lange nicht überwundenen innenpolitischen Krise. Einem polarisierenden Dauerkampf zwischen den zwei großen Parteien um die Macht, der viele angestoßene Reformen ausbremst und aushüllt. Faktoren, die die EU nun wieder neu bewerten muss. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Meinungen weit auseinander gehen. In Georgien aber gibt man die Hoffnung auf den Kandidatenstatus nicht auf. Christina Nagel, Tiflis, aus Tiflis, Christina Nagel.